Abenteuer und Wissen präsentiert Sophie Scholl, der Widerstand der Weißen Rosa Ein Feature von Sandra Pfitzner Hauptbahnhof München, 1942 Eine junge Frau, schulterlanges braunes Haar, blickt sich vorsichtig um In ihren Augen schimmert ein wenig Unsicherheit Aber auch der verwegene Glanz eines Menschen, der fest entschlossen ist Sehr gut, niemand schaut her Flink steigt sie die Stufen hinauf und verschwindet im Zug Vorsichtig geht sie den Gang entlang und wirft dabei einen raschen Blick in die Abteile Endlich, hier ist frei Noch einmal blickt sie sich vorsichtig um Dann schleicht sie hinein und platziert mit einer schnellen Bewegung ihren Rucksack auf einer der Ablagen Nur Sekunden Dann ist die wieder im Gang und geht mit beherzten Schritten voran Ein paar Abteile weiter öffnet sie die Tür Die junge Frau, die sich hier im Zugabteil auf einen der Sitze fallen lässt, ist 21 Jahre alt Und heißt Sophie Scholl Ihr Blick schweift aus dem Fenster Möchten Sie vielleicht einen Apfel? Wie bitte? Schau uns noch her Haben die nicht schöne rote Backen? Sind das meine Garten? Nein, danke Das ist sehr nett, aber ich habe Sophie nimmt ein Buch aus ihrer Manteltasche und versucht zu lesen Ihre Augen fliegen über die Seite, aber keines der Wörter bleibt hängen Sie ist zu angespannt Ihre Gedanken sind ununterbrochen bei dem Rucksack, den sie in dem anderen Abteil abgelegt hat Wenn den nur keiner entdeckt Der Rucksack ist vollgestopft mit Briefen Briefe, in denen Sophie gemeinsam mit ihrem Bruder Hans und ein paar Freunden ihre Gedanken und Meinungen aufgeschrieben hat Wenn der Zug am Ziel angekommen ist, wird Sophie vorsichtig den Rucksack holen Und die Briefe an wildfremde Menschen verschicken Niemand darf wissen, wer der Absender ist Seine Meinung zu sagen Das bedeutet in der Welt der 21-Jährigen Lebensgefahr Aber Sophie hat eben schon immer ihre Meinung gesagt Fürchtenberg am Kocher, 1928 Guten Morgen, Herr Jäger Guten Morgen Sophie ist sieben Jahre alt Seit einigen Monaten besucht sie die erste Klasse Schule ist damals auch ganz anders als heute Wer kann die Schulregeln aufsagen? Ja? Anne? Wir sitzen aufrecht und still Die Füße stehen fest auf der Erde Wir sehen den Lehrer an Anne ist ja so eine Streberin Wir schwätzen nicht In dem kleinen Klassenzimmer werden die Kinder unterschiedlicher Jahrgänge gemeinsam unterrichtet Alle sitzen im selben Raum und haben denselben Lehrer Deshalb sitzt auch Sophies Schwester Elisabeth, genannt Liesel, mit im Klassenzimmer Sie ist ein Jahr älter als Sophie Wir sehen uns beim nächsten Mal Wir sehen uns beim nächsten Mal Tschüss